Ja, ein ganz herzliches Willkommen wieder zu diesem Gottesdienst und wir haben das Vorrecht, heute wieder einmal in das Herz Gottes zu blicken, um wahrzunehmen, was seine Absicht für unser Leben ist und vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, dass wir ja im Moment eine Überschrift haben über unsere Predigtreihe, nämlich Freundschaft, Freundschaft mit Gott und wir haben diese Predigtreihe ja mit einer Geschichte gestartet aus dem Leben von Abraham, wo er am Ende der Geschichte wahrnimmt, wie Gott ihn involviert in seiner Absicht für seine damalige Welt. Und wir haben mittlerweile gehört und das wird uns ja auch nicht wundern, dass Abraham im Neuen Testament, aber auch im Alten Testament ein Freund Gottes genannt wird. So, die Freundschaft zwischen Gott und Abraham findet einen ganz, ganz, ganz starken Ausdruck in 1. Mose 12, Vers 2. Das ist so dieser Aufruf an Gott, wo die Geschichte startet, die Gott mit Abraham beginnt. So, und in dem Moment sagt Gott Folgendes über ihn, er sagt, ich will dich segnen, ja, Abraham, ich will dich segnen und dir einen großen Namen machen und dann kommt dieser schöne, ich würde mal sagen Nachsatz, dieses Ergebnis von dem, ja, Gott sagt, ich will dich segnen und ich will dir einen großen Namen machen. Also, du wirst ein besonderer Mensch sein und das Ergebnis davon ist, du sollst ein Segen sein. Was also Gott hier sagt, er sagt ihm, Abraham, ich werde dich mit allen Möglichkeiten des Himmels unterstützen und dadurch wird dein Leben ein unübersehbarer Segen werden für die Menschen. Also, wenn ich mir das vorstelle, dass Gott mir das sagt, dann bekomme ich eine Ahnung, was es bedeutet, ein erfülltes Leben zu leben. Ja, ein unübersehbarer Segen für andere Menschen zu werden. Und ich möchte das jetzt gar nicht so verkomplizieren, aber das Neue Testament macht deutlich, dass Gott für dein und mein Leben die gleiche Absicht trägt. Er hat nie was anderes über unser Leben gedacht. Da heißt es nämlich im Galaterbrief, Kapitel 3, Vers 14, Durch Christus bekommen jetzt also Menschen aus allen Völkern Anteil an dem Segen, den Gott Abraham zugesagt hatte. Wie? Ja, aufgrund des Glaubens erhalten wir den Geist, den Gott uns versprochen hat. Also dieser Vers macht deutlich, dass die Freundschaft mit Gott, also die gleiche Freundschaft, die Abraham mit Gott gelebt hat, dass die in deinem Leben möglich ist, weil du an dem Werk von Jesus Christus glaubst und in dem Augenblick erfüllt Gott dich mit seinem Geist und der gesamte Segen des Himmels steht dir zur Verfügung mit einem Ziel, mit dem Ziel, dass diese Welt durch dein Leben gesegnet wird. So, das heißt, dein Leben, ich wiederhole das ja immer wieder, weil das so ein ganz kostbarer Gedanke ist, dein Leben gibt Gott eine Möglichkeit, deine Welt zu berühren und zu segnen. Ja, das ist wirklich ein erfülltes Leben. So, und als Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war, da erlebten die Jünger, was das bedeutet, tatsächlich den Himmel zu den Menschen zu bringen. Oder sie erleben, dass in Jesus dieser Segen sichtbar wurde. Sie erlebten, wie das vielleicht, worüber sie geträumt haben, was das sein könnte, so ein Segen, diesen Segen des Abrahams zu erleben. Sie sahen das jetzt täglich in den Begegnungen mit den Menschen ihrer Zeit. Und wenn wir so über diese Überschrift nachdenken, die wir gerade haben, Freundschaft mit Gott oder Freund Gottes und all das, und wir uns das Leben von Jesus anschauen, da gibt es eine signifikante Aussage über das Leben von Jesus. Von wem war er eigentlich ein Freund? Und jetzt kann man natürlich gleich sagen, wahrscheinlich von seinen Jüngern. Und da gibt es ja die Geschichte von Lazarus. Natürlich, da wird ja auch gesagt, also das Freund von, ja, Freund komm raus, sagt Jesus ja zu dem Lazarus. Also da sieht man eine Beziehung, eine freundschaftliche Beziehung. Aber tatsächlich, tatsächlich, wenn du guckst, von wem war Jesus ein Freund, dann wirst du feststellen, oh, von den Ausgestoßenen. Man nannte sie Zöllner und Sünder, ja. Von den Ausgestoßenen war er ein Freund. Und das war für die meisten so völlig unfassbar, dass er den Segen in das Leben von Menschen brachte, die ausgestoßen lebten und im wahrsten Sinne des Wortes von der Gesellschaft gemieden wurden. Und deshalb bekam er genau den Ruf, den wir in Matthäus 11, Vers 19 nachlesen können. Was für ein Schlemmer und Säufer ist das denn? Ja, was für ein Schlemmer und Säufer. Dieser Freund der Zolleinnehmer und Sünder. Und nochmal, Jesus wurde tatsächlich ein Freund der Ausgestoßenen und Sünder, ganz besonders. Warum? Ja, weil die Gesellschaft nicht erwartet hat, dass durch diese Menschen ein gewaltiger Segen in die Welt kommen konnte. So, was sie erleben, einen überraschenden Wechsel in ihrer Lebensrealität. Freundschaft mit Gott. Freundschaft mit Gott fängt dann auch im Neuen Testament mit einer besonderen Geschichte an, die wiederum einem Menschen zuteil wird, dem Jesus begegnet. Und das fängt ganz spannend an, nämlich, dass Jesus so eine Straße entlang geht und dann sieht er einen dieser Ausgestoßenen, einen dieser Zöllner, die verhasst waren, die man gemieden hat. Und Jesus schaut ihn an und sagt Folgendes, Ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. So, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob wir da die Trinklichkeit von Gottes Seite aus spüren. Ja, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Mit anderen Worten, das, was Jesus in dem Mann sah, war den meisten Menschen seiner Zeit völlig verborgen. Aber nochmal, Jesus hat ein Ziel. Jesus hat ein Ziel mit jedem Menschen, ja. Jede Begegnung, die ein Mensch mit Jesus hat, ist nicht irgendwie ein Zufall und Glück gehabt oder so, sondern es ist immer zielorientiert. Und das Ziel, was Gott hat, war, diesen Mann brauche ich, damit ganz vielen Menschen ein Segen zuteil wird. Und wenige Zeit später, das ist quasi in der Geschichte, das ist ein Vers später, ja. Also ein Vers später, diese Begegnung mit Jesus, ein Vers später, das Geläster verstummt, weil dieser Mann überraschenderweise Folgendes ankündigt, er trat vor dem Herrn, das ist der Zacchaeus, das ist in Lukas 19, er trat vor dem Herrn und sagte zu ihm, Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben, und wenn ich von jemandem etwas erpresst habe, oh, oh, ja, da siehst du, wer er war, wenn ich, wenn ich das, und das ist auch immer herrlich, ne, wenn, es könnte ja sein, dass ich das gemacht habe, ist herrlich. So richtig schön menschlich, die Bibel ist herrlich. Also, falls ich das gemacht habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Genau. Und jetzt ist die Antwort von Jesus folgende, er sagt Folgendes, Jesus, heute, der heutige Tag, hat diesem Haus Rettung gebracht. Und jetzt kommt dieser schöne Hinweis von ihm, denn, sagt er, dieser Mann ist doch auch ein Sohn Abrahams. Ja. Mit anderen Worten, er korrigiert das Denken aller Umstehenden, die ihn ausgestoßen haben, die gesagt haben, er gehört nicht dazu, ja, wer ist er überhaupt? Und Jesus rückt sein Leben zurecht und er wird von Gottes Seite aus dahingestellt, wo er hingehört, ein Sohn Abrahams zu sein. Und dann sagt Jesus noch, der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das muss ein Hammertag gewesen sein in dem Leben von Zachäus, aber ja nicht nur in seinem Leben, sondern in all denen, wo er gesagt hat, okay, jetzt werde ich meinen Segen weitergeben. So, wir sehen also wieder einmal, die Gegenwart Gottes im Leben eines Menschen hat die Absicht, diese Welt zu segnen. So, einige Jahre später erleben all diese Menschen, die so mit Jesus unterwegs waren, wie der Geist Gottes sie regelrecht erfüllt. Freunde Gottes, die erfüllt sind mit seinem Geist, bringen den Himmel in ihren Alltag. Und wie wir schon vor einiger Zeit gehört haben, diese Bewegung war von diesem Moment an nicht mehr zu stoppen. So, und Pfingsten, das haben wir ja heute, Pfingsten ist nicht nur der Tag, an dem der Geist Gottes Übernatürliches in dem Leben der Jünger bewirkte, Pfingsten ist der Tag, an dem die Gemeinde befähigt wurde, der Welt mit der Liebe, der Barmherzigkeit und Gnade und dem Segen ihres Freundes, Jesus Christus, begegnen zu können. Und das ist mal eine andere Perspektive als nur Pfingsten, ich warte, dass irgendwas passiert, wann ist es denn soweit, was ist das überhaupt? Sondern nein, nein, ich bin befähigt worden und jetzt gehe ich einen Schritt auf diese Welt zu und bringe den Segen mit. Ja, und der Segen kann sein, dass zunächst einmal, wie bei Zacchaeus, ein veränderter Charakter dieser Welt begegnet. Ja, Segen ist nicht nur, dass ich irgendwo eine Spende gebe, ja, ein Segen ist, dass diese Welt einen himmlischen Charakter erlebt, der ihnen den Himmel dadurch näher bringt. Und Freundschaft, Freundschaft zeichnet sich natürlich durch gelebte Beziehung aus und gelebte Beziehung mit Gott bedeutet auch, dass ich der Stimme Gottes, dass ich der Stimme Gottes in meinem Leben Raum gebe. Also wie Abraham, er hat der Stimme Gottes Raum gegeben, komm in mein Zelt, hat er gesagt. Oder der Zacchaeus hat gesagt, komm in mein Haus, ja. So, und die Stimme von Jesus, wenn du diese verschiedenen Geschichten einmal dir anschaust, die im Alten und Neuen Testament beschreiben, wo Gott mit Menschen redet, wo Jesus mit Menschen redet, und da haben wir drei wunderbare Punkte, die jedes Mal stattfinden. Erstens, die Stimme von Jesus bringt in das Leben eine neue Perspektive, zweitens neue Energie und drittens Klarheit, wie denn der nächste Schritt auszusehen hat. Ja, neue Perspektive, neue Energie und Klarheit, wie der nächste Schritt im Leben aussehen kann. Und jetzt verstehen wir vielleicht die Dringlichkeit, die in diesen Worten von Jesus an Zacchaeus waren, ich muss heute in deinem Haus sein. Weil er diesem Mann eine neue Perspektive geben wollte, eine neue Lebensenergie und Klarheit, okay, was mache ich jetzt wie mit meinem Leben als nächstes? Wir haben das ja auch in letzter Zeit immer wieder gehört, auch in Bezug auf Freundschaft, dass einer dieser Feinde von Freundschaft dieses zu viel Beschäftigtsein ist, ja. Und noch schlimmer ist, wenn Menschen so in einem Hamsterrad ihr Leben verbringen und was letztendlich dazu führt, dass man dieser Stimme Gottes, der Stimme eines Freundes, keinen Raum mehr gibt. Aber lass mich das nochmal deutlich sagen, wenn wir der Stimme Gottes Raum schenken, findet jedes Mal ein Pfingsten statt, jedes Mal. Pfingsten hat zur Perspektive, Pfingsten hat zur Klarheit und Pfingsten hat zu einem neuen Wissen, was der nächste Schritt ist, geführt. Pfingsten bedeutet Gott in mir und das nicht nur am Sonntag und wieder mal an einem schön verlängerten Wochenende. Und jetzt stehen wir da und sagen, ja klar, also dieser Stimme Gottes Raum geben, also wie dieser Abraham oder der Zacchaeus oder viele, viele andere, aber wahrscheinlich erlebst du das genauso wie ich. Diese Zeit ist mit so vielen Stimmen erfüllt und wie kriege ich jetzt heraus, dass das wirklich jetzt die Stimme Gottes ist, die mich ruft, die mich anspricht. Lass mich mal noch einen Vers aus Psalm 119 so hier in den Raum stellen, nämlich dieser Psalm 119 ist so ein Psalm, der das Wort Gottes, ja so selig preiselt ich beinahe gesagt, ja, also dein Wort ist Licht zu meinen Füßen und so. Also alles so Verse und Aussagen, die das Wort Gottes in den Mittelpunkt stellen und der Vers 25 sagt, wie zerschlagen liege ich im Staub, schenk mir neue Lebenskraft durch dein Wort. Ja, so das ist eine ganz, ganz starke Aussage und ich glaube, diese Aussage geht sehr, sehr gut überein mit der Predigt, die mir ja vor zwei Wochen hier gehalten hat, wo sie über das Wort Gottes, die Bibel gesprochen hat. Also wie zerschlagen liege ich im Staub? Mit anderen Worten, da ist keine Perspektive, da ist keine Kraft und ich weiß auch nicht, welchen Schritt ich gehen soll, aber weißt du was Gott? Schenk mir neue Lebenskraft. Durch was? Durch ein Wort von dir. Durch ein Wort von dir. Das heißt, die Stimme Gottes ist immer eine Stimme, die Leben schenkt und nicht nimmt. Die Leben schenkt und nicht nimmt. Und deswegen ist das für mich immer erstaunlich, wenn ich Menschen höre, die in ihrer Vorstellung leben, dass Gott ihnen etwas nehmen möchte und ihm deshalb aus dem Weg gehen und sagen, nee, mit Gott will ich nichts zu tun haben. Das ist total erstaunlich und ich kann nur ahnen, dass sie nicht Gott begegnet sind und dass sie auch nicht seine Stimme gehört haben, sondern dass sie irgendeiner Interpretation gehört haben oder dass sie irgendeiner Religion begegnet sind, aber niemals diesem Gott, der das Leben ist, der der Schöpfer ist. So, was unterscheidet jetzt die Stimme Gottes von dem, was ich sonst so wahrnehme? Was sind die Eigenschaften der Stimme Gottes? Und das Erste, was uns vielleicht total bewusst ist, worüber man ja nicht so nachdenkt, ist, dass in einer Stimme auch immer ein Charakter mitschwingt. In einer Stimme schwingt immer auch ein Charakter mit. Mir begegnet in einem Gespräch nicht nur eine Information, sondern mir begegnet natürlich auch das ganze Wesen der Person, die hier zu mir spricht. Und das Gleiche gilt auch für Gott, wenn er redet. Wenn Gott redet, kommt immer auch, immer auch, immer auch sein Charakter mit. Und deshalb ist das ganz einfach, dann herauszufinden, okay, warte mal, was ist denn jetzt der Charakter Gottes? Und davon spricht der Paulus im Neuen Testament, der über den Heiligen Geist spricht. Und das ist ein ganz bekannter Vers, den du mit Sicherheit kennst. Er spricht über die Frucht des Heiligen Geistes. Also mit einer von alles das, was der Geist Gottes zum Ausdruck bringt in einem Leben. Und da heißt es, die Frucht hingegen, das Galater 5, Vers 22 und Teil des 23. Verses, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Das sind die Hammer-Eigenschaften. Hammer-Eigenschaften, ja. Und damit sagt Paulus also, er sagt folgendes aus, also, wenn irgendetwas vom Heiligen Geist bewirkt wird, ja, dann hat es unbedingt etwas mit den gerade erwähnten Eigenschaften zu tun. Es geht nicht anders. Man kann Gott nicht von seinem Charakter trennen. Das ist nicht möglich. Das kann man mit deinem Leben auch nicht machen. So, wenn, 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 welche inneren Stimmen, die du so erlebst in deinem Leben oder Impulse, die du wahrnimmst, ja, bringen diese Eigenschaften tatsächlich zum Ausdruck. Oder welche Stimmen und Impulse, die du so erlebst, genau das Gegenteil. Und damit hast du schon mal eine wunderbare Möglichkeit zu unterscheiden, was ist denn jetzt von Gott und was ist durch diese ganzen Umstände in meinem Leben an Stimme wahrnehmbar. So, und deshalb ist die erste Eigenschaft der Stimme Gottes in deinem Leben auch, dass ein tiefer, überzeugter Friede dein Leben erfüllt. Tiefer, überzeugter Friede, ja. So, die Stimme Gottes versetzt dich nicht in Panik hoch, ja, und raubt dir auch nicht die Freude. Sie raubt dir auch dann nicht die Freude, wenn du vor einer Herausforderung gestellt wirst durch die Stimme Gottes, ja. Abraham hört, Abraham, verlass dein Haus, ja, dein Vaterhaus und zieh in ein Land, was ich noch zeigen werde. Mit anderen Worten, das war so eine ungewisse Situation für sein Leben, aber durch den Frieden Gottes, der mit dieser Stimme kam, ist er losgezogen. So, und so gibt es viele Geschichten, die auch in meinem Leben, die genau das beschreiben, ja. Als ich vor x Jahren meinen Job gekündigt habe, einen gut bezahlten Job und der mir viel Spaß gemacht hat, war das eine Herausforderung auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite hatte ich einen absoluten, tiefen Frieden, von dem ich hundertprozentig überzeugt war. Und wir gehen gleich in die zweite Eigenschaft, die ist darin begründet, dass Gott sich ja nicht ändert, ja. Und deshalb wirst du immer feststellen, dass das Reden Gottes in deinem Leben wie so ein roter Faden ist, ja. Wie so ein roter Faden, du wirst immer wieder Bestätigungen sozusagen erleben, ja. Es ist also nicht so in der Regel, dass du morgens aufstehst und jetzt weißt du, okay, jetzt muss ich diese Person heiraten oder ich muss diesen Job kündigen oder ich muss das oder jenes machen, meine Zelte abbrechen oder so. Nein, nein, das wird so nicht sein, sondern es ist sehr oft so, dass es eine Erinnerung an etwas ist, was du schon einmal gehört, wahrgenommen hast, empfunden hast. Und deshalb ist das in meinem Leben immer so, dass ich merke, okay, die Stimme Gottes ist wie so ein roter Faden in meinem Leben, ja. Wiederholend macht mich auf ganz bestimmte Dinge in meinem Leben aufmerksam. Und deshalb ist bei der dritten Eigenschaft, die beruht auch nochmal darauf, dass Gott sich nicht ändert, ist nämlich so, dass das, was er zu dir persönlich sagt, ja, kann nicht im Widerspruch stehen zu dem, was er sonst noch so sagt, ja. So, lass uns nochmal richtig deutlich wahrnehmen, wer Gott ist, so, ja. So, und Gott, ich sage dir das in aller Deutlichkeit, Gott ist keine kosmische Kraft, die du durch Umarmen von Bäumen spürst, ja. Das lass mal schön sein, sondern Gott hat sich offenbart, Gott hat sich offenbart, persönlich offenbart, und zwar ganz konkret dem Volk Israel und dann in einer unüberbietenden Weise durch Jesus Christus selber. Das ist Gott, das ist Gott, also erlebbar, hörbar, spürbar, sichtbar sogar, ja. So, und Jesus Christus ist das Wort Gottes und wenn Gott spricht, wenn Gott spricht, dann stimmt es mit seinem Wort oder mit dem, was Jesus gesagt hat oder mit dem, was die Bibel sagt, überein. So, das bedeutet, wenn du sein Reden besser verstehen möchtest oder kennenlernen möchtest, dann hast du einen Vorteil, wenn du tatsächlich das geschriebene Wort, sprich die Bibel, kennst. Und deshalb gibt es, ich habe das Wort schon vorhin genannt, eine vierte Eigenschaft der Stimme Gottes, nämlich Bestätigung, Bestätigung, ja. Das bedeutet einmal, dass wir eine Bestätigung finden im Wort Gottes, aber eine Bestätigung, und das kann ich dir nur raten, ja, eine Bestätigung kannst du auch wahrnehmen in Weise und mit dem Geist Gottes erfüllten Freunden oder Ratgeber sogar, ja. So, nochmal, ich nehme nochmal das Beispiel, also nehmen wir mal an, du bist überzeugt, dass du die oder jene Person heiraten sollst und jetzt denkst du, warte mal, jetzt frage ich doch nochmal eine Weise mit dem Geist Gottes erfüllte Person, ja. Also nicht eine Person, die sich nicht traut, dir zu sagen, dass es nicht so eine tolle Idee ist, weil sie deine Freundschaft nicht verlieren will oder weil sie einfach unehrlich ist oder was auch immer, weil es dir auch egal ist, ja, so und einfach nur ein bisschen quatschen will mit dir, sondern du gehst zu dieser Person, die also weise ist und die mit dem Geist Gottes erfüllt ist und diese Person oder Person sagt, ja, weißt du, ich würde da mal noch ein bisschen drüber nachdenken, so, dann ist es wahrscheinlich besser, diesem Rat zu folgen. Warum? Weil wir alle, ja, wir sehen ja unsere blinden Flecken gar nicht so gut. Ja, jeder hat einen blinden Fleck und das ist so wertvoll, wenn wir uns umgeben mit weisen Menschen, nicht in einer Kritik, einer herabwürdigenden Kritik uns auf unsere blinden Flecken aufmerksam machen, sondern aus der Liebe heraus, also wieder Galater 5, ja, aus der Liebe heraus uns darauf aufmerksam machen, hier in diesem Fall vielleicht, ja, warte mal lieber noch oder guck mal, ich sehe in deinem Leben die und die Probleme und du würdest diese Person auslaugen sozusagen oder vielleicht umgekehrt, ich sehe in der Person, die du da vor Augen hast, noch irgend so einen Prozess, der vielleicht abgeschlossen sein muss. So, mit diesen vier Eigenschaften, die ich jetzt gerade genannt habe, haben wir schon mal so einen Raster, wenn es darum geht, die Stimme Gottes in deinem Leben von all den anderen Stimmen zu unterscheiden. Entschuldigung. Noch einmal. Denk daran, es geht darum, als Freund Gottes den Segen des Himmels in diese Welt hineinzutragen. Darum geht es. So, in unserer Beziehung zu Gott, in unserer Freundschaft zu Gott, ja, es geht um Gott und um mein Leben, aber dieser Gott, der jeden Menschen liebt, der hat ein Ziel. Ich will Menschen berühren. Was wäre gewesen, wenn Abraham nicht auf das Reden Gottes gehört hätte? Was wäre passiert, wenn Zachäus Jesus nicht in sein Haus hineingelassen hätte? Nun, ich hoffe, dass diese Gedanken, die ich jetzt so geäußert habe, ein Stück weit anfangen, dich zu motivieren, der Stimme Gottes mehr Raum zu geben. Sagen, okay, warte mal, ich lasse mich da jetzt mal ein auf dieses Abenteuer. Ich nehme mir da für Zeit. Und deswegen gebe ich dir jetzt noch vier Tipps, mit denen du in deinem alltäglichen Leben die Stimme Gottes besser wahrnehmen kannst oder hören kannst, ja. Und lass mich vorweg Folgendes sagen. Schaut mal, ein Leben, das aus dem Inneren heraus lebt, ist viel attraktiver als ein Leben, das sich ständig von den äußeren Umständen bestimmen und dirigieren lässt. Und Gottes Stimme zu hören, ist überhaupt nicht schwer. Und er redet sehr gerne, wenn wir ihm Raum dafür geben. So, jetzt, die meisten von euch wissen das, was ich jetzt sage. Und ich denke trotzdem, dass Gott uns daran immer wieder erinnern muss, aufgrund dessen, wie wir leben und wo wir leben und was wir alle so leben. Jesus selber, der ja das Wort Gottes ist und wo wir nicht zweifeln, dass er ganz sicherlich in der Lage war, die Stimme Gottes zu hören, der nimmt sich Zeit. Er nimmt sich Zeit. Oder er hat sich Zeit genommen. Er hat irgendwelche Dinge bewirkt und dann ist er in die Einsamkeit gegangen, um mit seinem Vater zu reden oder um allein mit Gott zu sein. Ja, er brauchte diese Zeit. Du wahrscheinlich auch. So, und der erste Schritt ist also, Raum dafür machen. Raum machen. Wann hast du Gott konkret Raum gemacht? Oder wann hast du dir konkret Zeit genommen? Wann hast du ihm eine Gelegenheit? Also du hast Gott eine Gelegenheit gegeben, zu dir zu reden. So, so ein Hamsterrad fühlt sich gut an. Warum? Weil man das Gefühl hat, man ist ständig in Bewegung und man schafft was. So, ja, und die Leiter, die man da ständig vor Augen hat, das ist wie so eine Karriereleiter. Man denkt, es geht immer weiter nach oben, immer weiter nach oben und so. So, ja, wenn es mit allen seinen Sinnen beschäftigt, so. Und das Schlimme ist, während man denkt, man kommt voran, ist man immer an der gleichen Stelle. Und es gibt diese Geschichte, die ist total bekannt von Maria und Martha. Und so, und Jesus tritt eines Tages auch wieder in ihr Leben. Und dann passiert folgendes, ihr kennt die Geschichte alle. Martha rennt in die Küche, bereitet alles vor, denn Jesus ist sicherlich mit ein paar mehr Leuten gekommen. Und die Maria, was macht die? Die Maria, die entscheidet sich, zu Jesus zu gehen und zu seinen Füßen zu sitzen, sich dorthin zu setzen und ihm zuzuhören. Und wie das so ist mit beschäftigten, überaus beschäftigten Menschen, die gucken auch ab und zu mal, was machen denn die anderen? Guck mal, der sitzt da einfach auf seinem Liegenstuhl und macht gar nichts. Ja, oder, ja, und das finden sie alle nicht gut. Man muss beschäftigt sein, man muss was tun, ja, dann ist man wer. Ja, und wie das so ist, dann ist sie eine innere Beschwerde, fängt das an. Und das ist bei Martha genauso. Und sie beschwert sich so innerlich, richtet sich über Maria auf. Ich wollte schon immer mal Jesus sagen, wie ich Maria finde. Und all diese typischen menschlichen Dinge, die halt so passieren. Ja, es muss jetzt mal gesagt werden, wie sie ist. Ja, man muss ja auch mal klare Worte reden. Also geht sie zu Jesus und sagt dem Menschen, Jesus hier, guck mal, kannst du nicht mal Martha sagen, soll auch mal in die Küche, kannst du nicht Maria sagen, soll auch mal in die Küche kommen? Soll ich hier alles alleine machen? Bin ich denn die Einzige, die die backen kann und die kochen kann? Was weiß ich? Und die Pointe der Geschichte ist gar nicht, dass Jesus jetzt sagt, hör mal, ich habe Maria lieber als dich. Und so, obwohl Jesus da an der Stelle sagt, hör mal, die Maria hat schon also eine bessere Entscheidung getroffen in diesem Moment. Aber es ging nicht darum, habe ich die lieber oder jene lieber? Ja, in anderen Geschichten wird Martha so erwähnt, dass Jesus sie lieb hat. Darum geht es gar nicht. Die Pointe der Geschichte ist, dass Jesus gar keinen Hunger hatte. Die Pointe der Geschichte ist, Martha hat vergessen, Jesus zu fragen. Was willst du eigentlich? Sondern sie hat gedacht, ich mache was Gutes. Ich renne in die Küche und mache was für Jesus. Ich bin unterwegs. Ich bin super. Ja, ich bin in meiner Leidenschaft. Da muss doch alles richtig sein. Und ich denke, es gibt so viele Marters. Oder ich kann auch von meinem Leben sagen, manchmal springe ich zwischen Martha und Maria hin und her. Ja, ich bin total beschäftigt. Ich finde das total cool, was ich mache. Aber das Gute muss nicht immer das Richtige sein. Und in diesem Fall war es nicht das Richtige. Und manche Beschäftigten-Themen, manche Themen, die uns beschäftigen, sind gut. Keine Frage. Klasse. Aber sie sind nicht richtig. Sie sind nicht richtig. Fertig. Und deshalb ist der zweite Punkt folgender. Wohin du deine Aufmerksamkeit lenkst, entscheidet, welchen Input du bekommst. Wiederhole das. Wohin du deine Aufmerksamkeit lenkst, entscheidet, welchen Input du bekommst. Und logischerweise, nur wenn du deine Aufmerksamkeit auf Gott richtet, der wird ihn hören. So, Jesus sagt an einer Stelle, bittet, so wird euch gegeben. Und er sagt das nicht, hör mal, ich stelle euch Gott als Wunschmaschine vor. Fehlinterpretation. Falsch. Wenn Jesus sagt, wer bittet, der bekommt oder wer sucht, der findet und so weiter. All diese Worte, die er da sagt, die beschreiben eigentlich etwas von deiner Aufmerksamkeit, etwas von deinem Fokus. Wo richtest du deinen Fokus hin? So, der erste Punkt war Raum machen. Der zweite ist, konkret um etwas bitten, also konzentriert sein. Aber hier kommt jetzt eine ganz persönliche Frage. Willst du wirklich hören, was Gott dir sagt? Ich meine, bist du wirklich bereit zu hören, was Gott sagt? Ja, nochmal, Gott führt dich immer in die Wahrheit und Gott führt dich immer in die Freiheit, aber er wird nicht alles abnicken, was du so dir wünschst, was er doch bitteschön abzunicken hat. Und deshalb wird dich der dritte Punkt auch nicht wundern. Der dritte Punkt lautet schlicht und ergreifend auf Antwort warten. Und deshalb ist dieses Gott Raum machen oder einem Freund Raum machen nicht irgendwie so, du, ich habe jetzt mal gerade fünf Minuten Zeit, bevor ich zur Arbeit fahren muss, die gebe ich dir jetzt gönnerhaft. So, weil ich bin ja in dieser Welt und du bist ja nicht hier. So, ja, jetzt machen wir mal fünf Minuten schnell ein Lobpreislied an, damit die Emotionen sich irgendwie so ein bisschen auch wieder aufrichten. Und dann lese ich mal schnell die Tageslosung oder was weiß ich. Das ist, das ist... Na gut, also wenn man mit dir so umgehen würde als Freund, würde man sagen, würdest du irgendwann sagen, pass mal auf, geh nach Hause, geh, wo du wohnst und lass mich in Ruhe. Nun, Gott in seiner Gnade ist so nicht. Gott nutzt sogar die fünf Minuten. Man sagt, okay, wenn er mir fünf Minuten gibt, dann versuche ich in den fünf Minuten meine Gegenwart in sein Leben hineinzuführen. So. Aber denk doch bitte immer daran, die Stimme Gottes führt zu einer neuen Perspektive, führt zu frischer Energie und Klarheit für deinen nächsten Schritt. Und deshalb kann es schon mal sein, dass die Antwort von Gott etwas länger dauert, weil wir in dem jetzigen Moment noch nicht bereit sind, nicht bereit sind, die Antwort, die Gott auf seinem Herzen hat, wirklich zu hören. So. Und der vierte Punkt hat tatsächlich etwas mit Pfingsten zu tun. Der vierte Punkt hat etwas mit Pfingsten zu tun. Das haben wir ja heute. Und es ist schlicht und ergreifend folgende Aussage. Die Gegenwart Gottes ist wichtiger als seine Antwort. Hiob im Alten Testament geht von einem Desaster ins nächste. Und er bekommt nicht wirklich eine Antwort von Gott, warum all diese Tragödien in seinem Leben passiert sind. Aber er begegnet Gott. Er begegnet Gott. Gott begegnet ihm. Und in der Begegnung mit Gott bekommt er eine neue Perspektive. Und in der Begegnung mit Gott, und das ist es jetzt, lösen sich Fragen. Oder ich will das mal so ausdrücken, in der Gegenwart Gottes verlieren Fragen ihr Gift. Und Frieden kommt in dein Herz. Und deshalb braucht es oft zunächst einmal nicht eine Antwort, sondern es braucht zunächst einmal Frieden. Und zwar den Frieden, der nur mit dem Geist Gottes in deinem Leben zu einer tiefen Erfüllung führt. Und lass mich das nochmal wiederholen. Wir haben das vorhin gelesen im Galaterbrief, ganz am Anfang. Ja? Die Absicht Gottes ist, dass du das Gleiche erlebst, wie Abraham erlebt hat. Also, dass du hörst, wie Gott sagt, ich segne dich. Ja? Ich mache deinen Namen groß, also dein Leben groß, deine Eigenschaften groß. Und du wirst ein Segen sein für diese Welt. Mit anderen Worten, tiefe Erfüllung für dein Leben. Und Pfingsten, Pfingsten erfüllt die Gemeinde, befähigt die Gemeinde und sie zeichnet die Gemeinde als ein Freund von Gott aus. Oder ich kann auch sagen, als eine Freundin von Gott aus. Und es ist vielleicht Zeit, es ist vielleicht Zeit, sich neu auszustrecken, wirklich neu auszustrecken, so hin zu Gott, dem Freund Raum machen, Zeit geben, damit Gott mit seiner Gemeinde und mit deinem Leben die Verlorenen an seinen gedeckten Tisch führen kann. Und ich bin davon überzeugt, ich bin davon überzeugt, auch wenn es die eine oder andere Herausforderung geben wird, für die Gemeinde, für dein Leben, ja, wird das dein Leben mehr erfüllen als alles andere. Amen. Ich wünsche dir ein überaus gesegnetes Pfingsten. Mit anderen Worten, ich wünsche dir eine ganz persönliche, wirklich ganz persönliche Begegnung mit Gott, wo du wahrnimmst, wie er mit dir redet und was er dir sagt. Und dass dein Leben frische Energie bekommt, eine neue Perspektive und Klarheit für die nächsten Schritte. Amen. Amen. Bis zum nächsten Mal.